Okay, dann sind wir jetzt live. Willkommen beim zweiten der Standard & Lines Drehbauer Livestream. Es freut mich also, wir haben zum Thema, wie können sich Mountain Piker vertreten, diesmal regionale Initiativen eingeladen. Ich sage absolut regionale Initiativen. Es gibt natürlich auch nationalere Initiativen, aber wir wollten uns diesmal anschauen, was sich so im regionalen Raum tut. Und da gibt es ein paar Best-Practice-Beispiele, die sich Mountain Piker organisiert haben und dadurch mehr legale Strecken erreicht haben. Da haben wir dabei die Verena Böhm-Henners von NTP Innsbruck, den Andreas Mocker von den Yin-Roll-Trails, den Martin Samet vom Trailwerk Wachau, den Philipp Kettner vom Bike-Buy-Kranken-Bau und den David Schöckl vom Radclub Iweswald. Und ich würde einfach gerne so eine kleine Vorstellungsrunde anzeiten, wo jeder kurz einmal erzählt, wie seine Initiative aufgestellt ist, was dort der Startup ist und vielleicht auch mit den Schmiedsbildern oder was man erreicht hat. Und was vielleicht da so der Stein des Angstvorses war, dass man sagt, man hat eine Notwendigkeit gesehen, sich zu organisieren. Ja, Ladies first würde ich sagen, Verena, darf ich dich bitten, dass du einen freist. Gerne. Ja, also ich darf heute hier für MTB Innsbruck sprechen. Mountainbiken hat in Innsbruck schon über 30 Jahre Tradition und es gab immer wieder verschiedene Interessen, die Interessensgemeinschaften, die sich für Mountainbiken in Innsbruck stark gemacht haben. Und vor ungefähr vier Jahren haben sich dann verschiedene Vereine und Interessen hat sich MTB Innsbruck gegründet, die sich eher auf die Reparatur von Fahrrädern auf ehrenamtlichen Basis spezialisiert hat. Und MTB Innsbruck übernimmt momentan die Kommunikation mit, oder wir versuchen es, mit der Politik, mit den Bergbahnen, mit dem Tourismusverband. Letztes Jahr gab es die Thematik mit dem Transport. Dort waren wir auch in Gesprächen involviert, um dort Mountainbiken Stimme zu geben. Und wir versuchen uns für ein legales und weites Angebot und Trails einzusetzen. Danke, Verena. Dann würde ich gleich den Andreas bitte für Wienerwaldtrails. Ja, ich bin Andreas Macher. Ich bin Obmann von Wienerwaldtrain gestartet mit der Idee, damals der Alexander Apache war der Initiator am Bikeboard. Und die Qualität der Strecken einfach attraktiver und den heutigen Anforderungen entsprechend zu verbessern. Es gab damals schon auch schon viele gute Trails, die aber natürlich alle illegal waren. Und wir haben uns gedacht, wir müssen schauen, dass wir die A erhalten, B den Konflikt in diesen Bereichen nicht aufkommen lassen und haben begonnen, da mit den Grundbesitzern mal Kontakt aufzunehmen und sind damit mit offenen Armen empfangen worden, zu unserer Überraschung. Wir haben gesagt, ja, wir müssen irgendwas tun, es ist viel zu viel los, es wird gebaut, es gibt illegale gebaute Strecken mit Obstacles, mit Sprüngen, die natürlich auch gefährlich sind und die müssten die Grundbesitzer wegräumen und so ist es im Prinzip entstanden. Und wir haben dann mit viel Mühe, Aufwand und vielen Schwierigkeiten und Unterstützung der Stakeholder, also auch den UBF, Stiftkloster Neuburg zum Beispiel, begonnen, Strecken zu definieren, Shared Trails zu definieren und einen kleinen Trailpark zu errichten. Und das war im Prinzip die Basis. Heute sind wir natürlich schon ein wesentliches Stück weiter, aber die Probleme sind immer noch die gleichen. Großer Nutzungsdruck und es gibt eigentlich noch immer zu wenig attraktive Strecken. Okay, danke für die Einleitung, Andreas. Ich darf jetzt in der Zwischenzeit den Steffen Aurora vom Standort begrüßen, der rasende Reporter, der noch einen ganz heißen Story schreiben hat. Ich muss mich fragen, dass du das auch geschafft hast. Wir sind gerade mitten in der Vorstellungsrunde und ich möchte jetzt ganz in den Süden springen zum David Schüppel vom Radclub Aiweswald. Ihr habt da eine legale Steckennutzung geschaffen? Ja, genau. Also wir vom Radclub Aiweswald haben mehrere Initiativen gestartet, um den Radsport oder den Mountainbikesport bei uns in der Region attraktiver zu machen. Mit Radsportveranstaltungen und Einstecken fährt das natürlich auch die Erschließung von Mountainbike-Strecken oder Mountainbike-Touren. Jetzt nicht so spezielle Trails, wie es vielleicht in den anderen Regionen gibt, sondern da geht es eher darum, dass man eben generell freie Wege schafft, die teilweise auch auf öffentlichen Straßen auch verlaufen, die man dann auch touristisch anbieten kann. Und natürlich ist es in letzter Zeit auch gelungen, mit Kunststückbesitzern Verträge abzuschließen, dass man dort wirklich auch legal fahren kann. Und da versuchen wir, dieses Angebot weiter auszubauen und auch in der Region einfach sukzessive zu vergrößern. Super. Danke, David. Dann möchte ich ganz in den Westen springen, zum Philipp Ketten in den Bike nach Brandnertal. Ich habe jetzt nicht nur Trails geschaffen, sondern eigentlich einen eigenen Bike, den ersten und einzigen in Vorarlberger Ökonomie. Beschreib bitte kurz, wie ist da der Start des Buches? Ja, also eben, ich bin der Philipp. Freut mich, dass ich eingeladen bin zu dem Talk. Ja, vielleicht auch ganz kurz zuerst. Wir sind auch nicht irgendwie aus dem Mountainbike-Spießend eigentlich nicht dahergekommen, sondern waren auch einfach nur begeisterte Mountainbiker in ihrer Freizeit, haben nie verstanden, warum in Vorarlberg keine legale Möglichkeit gibt. Das haben wir noch gar nicht vom Bikepark gesprochen, sondern irgendwie gab es in Vorarlberg keinen einzigen legalen Simitrail. Wir haben Berge ohne Ende, Trails ohne Ende, Seilbahnen, aber keine Möglichkeit. Alle Vorarlberger sind oder waren gezwungen, in die Schweiz zu fahren, nach Salzburg zu fahren und so weiter. Und haben dann 2011 eben die Idee gehabt, ein Bikepark irgendwie so ein Projekt zu machen. Und ohne jetzt, dass man eine Firma gründen wollte, man wollte einfach nur ein Angebot schaffen für die Community. Gewonnen ist jetzt dann eben der Bikepark Frankfurt 2014. Und von den Bergbahnen, die haben uns so wirklich schalten und walten lassen, haben gemeinsam dann in der Firma aus der Schweiz das gebaut, den Bikepark. Und eine Firma gegründet einmal mit zwei Geschäftspartnern gemeinsam. Und ja, haben das getrieben. Und jetzt quasi letztes Jahr wieder ein großes Projekt, dass wir eben weiteren Ausbau gemacht haben, Strecken dazubekommen haben. Und ja, sind jetzt momentan quasi wirklich die einzige, der einzige richtig legale, das richtig legale Angebot in Vorarlberg mit Auseinander von zwei einzelnen Strecken, die es noch gibt. Ja, so ist der aktuelle Stand. Wir sind Vollgas am Bauen und das Angebot wird sich dann erweitern. Ja, so ist es. Also auf jeden Fall ein Erfolgsprojekt, kann man sagen, das in Vorarlberg in Vorarlberg ist. Und wir haben jetzt von Bikepark redet, aber ich glaube, ihr wartet auch involviert, dass ihr da ein Freeride- und Dunkelverein etabliert habt in Vorarlberg, oder? Genau, ja. Also wir haben dann ziemlich schnell festgestellt, dass ganz zu Beginn, wo es um Behördenverfahren gegangen ist, dass man quasi unterstellt hat, auf unterschiedlichsten Ebenen, dass dieser Sportarm auf Zelt sowieso nur ein paar Adrenalin-Junk, dieser paar wenige betrifft. Und dass wir da eigentlich mit wirklich einen richtigen Sportvertrag, die das Ganze machen. Und das war dann der Auslöser für uns, weil wir gesagt haben, wir brauchen in Vorarlberg einen Verein, den Pilger-Doniel-Verein, der soll so groß wie möglich werden. Wir möchten einfach die Community, der Community ein Gesicht geben und einfach, dass man sieht, okay, da gibt es Sport, um das Ganze machen. Und ja, ist auch ein Teil von dem Gesamtprojekt. Okay, danke sehr. Ja, und last but not least, Martin Samick, Obmann vom Trailwerkwerk auch. Das ist nicht nur in Niederösterreich, sondern, glaube ich, in ganz Österreich ein Vorzeige-Projekt. Und ihr seid, glaube ich, am Weg, vielleicht Österreichs größter Mountain-Pack-Verein zu werden, oder? Schön wär's. Weil der Philipp gesagt hat, kritische Masse. Ja, das ist auch eines unserer Ziele. Aber jetzt nochmal anzufangen. Unser Setup ist ein ganz anderes. Es ist so, dass die Wachau international ja ein Begriff ist. Schöne Gegend, gastronomisch, kulturell, landschaftlich sehr attraktiv. Wir, also ein Großteil unseres Vereins, fahren schon Mountainbike bis zu 30 Jahre jetzt. Und wir waren in der Wachau eigentlich nie geduldet. Auch sehr angefeindet. Es ist immer wieder zu Konflikten gekommen. Wir haben eine sehr starke Grundstückseigentümer-Lobby, Jäger-Lobby, Förster-Lobby. Und es war halt, es ist schön bei uns zum Mountainbiken. Wunderbare Trails, technisch anspruchsvoll, wirklich vortragend in einer schönen Landschaft. Aber legal war nichts. Gewechselt, weil wir Konflikte nicht mehr angetan haben. Sind aber vom Stift Göttberg lange Zeit geduldet worden. Am Göttberger Berg, auch auf anderen Grundstücken des Benediktiner Stiftes. Nur ist halt, da wo wir gefahren sind, sind dann zwei große Wanderwege entstanden. Der Jakobsweg und der Welterbesteig. Mit einer sehr hohen Frequenz an Wanderern. Und dann ist halt einfach, waren auf einem Blick zu viele Wanderer, zu viele Mountainbiker. Das ist sich dann nicht mehr ausgegangen. Vor zweieinhalb Jahren hat das Stift Göttberg dann die Initiative ergriffen und per Tafeln am Anfang der Grundstücken deutlich gemacht, dass Mountainbiker, Radfahrer generell auf diesen Wegen, Vorstraßen nicht mehr erwünscht sind. Das haben sie halt dann auch so kundgetan und das war es dann quasi für uns. Also wir waren nicht mehr geduldet. Aber fast am nächsten oder übernächsten Tag haben wir den Verantwortlichen für die Ländereien, für die Wälder, den Forstmeister, trocken im Wald und haben mit ihm gesprochen, dass wir uns jetzt quasi ausgespräch, ist eine Trail Area geworden mit mittlerweile 15 Trails. Von ganz einfach bis wirklich ruckig. Der Christoph weiß, wovon ich rede, 5000 Stunden allein in den Trailbau investiert. Mit einer, in Österreich nicht so generell üblich ist, mit einem Grundstückseigentümer. Also unser erstes Projekt, die Trail Area Göttberg. Wir haben irgendwo eine Rückkopplung drinnen. Also man versteht es nicht, habt ihr vielleicht einen YouTube-Stream parallel im Vorfeld. Kann das sein? Sonst würde ich einfach gucken, dass alle ihr Mikrofon abdrehen, außer der, dann haben wir die Sache auch erledigt. Das ist im Bildschirm, Mitte, unten, das linke Symbol. Jawohl, ich glaube jetzt ist es besser. Perfekt. Martin, dann dürfte ich dich bitten, fortzufahren. Wo haben wir nachgehört? Nein, die Besonderheit in unserem Setup ist halt, dass wir bis dato nur mit einem Grundstückseigentümer verhandeln mussten. Und dieser Grundstückseigentümer, das Benediktiner Stift Göttberg, stellt uns einen Berg zur Verfügung. Berg, in der Wachau sind es nicht so hoch, aber einen Berg rund um den Stift Göttberg. Und da dürfen wir in Absprache mit den Behörden und auch mit dem Stift Trails bauen. Und das ist halt ein Riesenglück für uns. Das ist ein großes Geschenk. Aber auch, wie es mit den Geschenken halt so ist, auch mit einer sehr großen Verantwortung. Aber bis jetzt läuft es sehr gut. Wie gesagt, wir haben über 5000 Stunden jetzt schon geglauben, mit null Bargerstunden, mit einem Wegenetz, das ist jetzt doch 25 Kilometer mittlerweile. Und ihr habt da die Erlaubnis vom Stift, was man einmal sagen muss, bekommen, dass ihr 15 Trails auf die 150 Kilometer macht. Also eigentlich ist der Hügel jetzt voll mit Trails. Und es ist trotzdem nur Platz für alle anderen Nutzergruppen, eigentlich auch. Also das ist schon ziemlich vorzeigeprägt. Und ganz kurz noch, warst du eine Mitgliederzahl vom Trailwerk Wachau? Also wir haben jetzt im Verein 200 Mitglieder, knapp 200 Mitglieder. Wir haben aber uns das letzte Jahr als Probezeit herausgenommen und haben sehr wenig über Trailwerk Wachau Anrainer, Wanderer, Leuten, die nicht Mountainbiken bekommen, dort was zu ändern, dann dort die Streckenführung, vielleicht ein bisschen eine Geschwindigkeit auszunehmen etc. Das haben wir dann auch gemacht. Und jetzt fühlen wir uns fit und bereit, da ein bisschen mehr zu kommunizieren. Aber bis jetzt war es eher Low Profile. Okay, alles klar. Dann würde ich gleich zur nächsten Frage kommen, die würde ich gerne dem Philipp stellen, weil du hast das vorher schon kurz anklingen lassen. Warum ist, also viele Biker sind ja unterwegs und fahren sehr gerne, aber warum ist wichtig, dass man sich vielleicht die Arbeiter antut und sich organisiert? Also dass man auch die Zeit jetzt nicht nur ins Vorne investiert, sondern vielleicht ein bisschen Zeit in Struktur investiert, so wie in den Verein. Ja, warum glaubst du, ist das wichtig? Das war ein Beich, wie so herausgehört, aber auch ein Knackpunkt. Ja, hört man mich? So, nein, es ist so, dass, ich glaube, andere Sportarten, die sind ja wesentlich länger etabliert. Und das Mountainbiken ist ja als solches ja relativ jung und die ganze Trail-Geschichte sowieso. Und uns fehlt vielleicht, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber in Vorarlberg fehlt im Prinzip die Lobby einerseits. Oder wenn man das vergleicht mit einer ganz krasse Geschichte, wenn man die Jäger anschaut, das ist ja jetzt nicht, dass das ein Hobby wäre, aber wie die organisiert sind jetzt, oder? Und die natürlich nicht alle eine Freude haben an Mountainbikern, die durch den Wald fahren. Aber auch zum Beispiel, wenn man sieht, wie stark der Alpenverein ist, der mittlerweile sehr, sehr pro Mountainbike ist, das ist aber nicht immer schon so. Aber wie gut auch das Wandern, die ganzen anderen organisiert sind, ist einfach das Problem, dass das bei den Mountainbikern zumindest in Vorarlberg, wie gesagt, so gut wie nicht stattgefunden hat. Nicht in dieser Art des Mountainbikens, wie wir das betreiben. Dieses klassische auf Forststraßen Mountainbiking, da gibt es eine relativ gute Vereinslandschaft in Vorarlberg. Große Vereine, da gibt es Rennen. Es ist akzeptiert, das kennt man. Da gibt es auch nicht wirklich, glaube ich, mehr Konflikte, weil sobald in der Forststraße als Mountainbike-Route genehmigt ist, fühlt sich da auch niemand unter Druck gesetzt. Ja, und das ist, glaube ich, das Wichtige an Organisieren, dass man eben gesehen wird und dass man auch wirklich nach außen entsprechend auftritt, als geschlossene, als Gemeinschaft. Und was auch noch wichtig ist, das war eine komplette andere Seite, Verhalten auf Trails. Wie führe ich, oder was führt zu Konflikten? Einfach die Community, in dieser Community zu diskutieren, was sind die Do's and Don'ts, wie, die Möglichkeit hat man eigentlich nur, wenn man sich trifft, wenn man sich organisiert. Und eben gerade auch, wir haben ja sehr, sehr viele, gerade in unserem Verein, wir haben auch um die, ja, glaube ich, 120, 130 Mitglieder, sehr viele Jüngere auch dabei, die in den Sport einsteigen und gerade auch natürlich zum Teil auch, sage ich mal, Hemmschwellen geringer sind, als wir jetzt von betagteren Sportlern wie meiner Seite. Sprich, die wissen auch oft einmal nicht, wie gefährlich manche Sachen sind. Gerade Thema Bikepark, Sprünge und so weiter, auch denen was mitzugeben. Also ich glaube, es sind zwei wichtige Sachen vom Organisieren. Einerseits eben, dass man geschlossen auftritt, damit man was erreichen kann, damit man akzeptiert wird. Und einerseits, wie Nachwuchs auszubilden, ja, was, wie, auf was ist es zu achten, Fahrtechnik und so weiter. Also das bieten wir auch an zum Beispiel. Wir haben auch so Camps und so weiter. Also ich glaube, das sind die wichtigen Punkte, ja. Ja, super, danke sehr. Bevor ich jetzt dann gleich an den Stefan, die Moderationsleitung abgebe, hätte ich noch eine Frage an den David, weil es angesprochen war, ist von Philipp, dass zumindest in Vorarlberg die Vereine, wo man mehr vor Straßen unterwegs ist, besser organisiert sind. Jetzt bist du vom Ratsclub Ibiswald und ihr habt ein legales Mountainbike-Angebot geschaffen, das sich eher auf Vorstraßen bewegt. Teilst du da den Eindruck, dass die Vereine, die eher vor Straßen unterwegs sind, besser organisiert sind? Das kann ich jetzt so nicht beurteilen, dass die besser organisiert sind. Wir versuchen einfach so, dass wir im Verein herrscht eine super Gemeinschaft. Da hat jeder seinen Part so gesehen zum Machen, oder er macht ihn sehr, sehr gut. Da gibt es halt welche, die sich eher mit der Jugend beschäftigt. Wir haben einen kleinen Kinderbike-Park entstanden, entstehen lassen in den letzten Jahren. Da gibt es Leute, die sich dort sehr stark einsetzen, dort den Bike-Park erhalten und weiter ausbauen. Da gibt es andere, die dann mit den Grundstückbesitzern einen besseren Kontakt haben und dort die Fäden ziehen und mit denen quasi Absprachen treffen. So hat jeder so seine Sachen, die er gut erledigen kann. Und es wird dann immer gemeinschaftlich upgradet, wer was genau macht. Und ich glaube, das macht es bei uns aus, dass wirklich jeder so seine Arbeiten gut macht und jeder das macht, was er wirklich gut kann. Unser Radklub hat mittlerweile knapp 280 Mitglieder. Natürlich nicht alle 100%ig aktiv, aber trotzdem ein sehr großer Teil ist wirklich ständig am Rad unterwegs. Und das sagt schon, dass da wirklich die Interesse und der Boom fürs Mountainbike oder fürs Radfahren bei uns ständig steigt. Und ja, wie gesagt, es geht nur gemeinschaftlich oder in der Gemeinschaft oder im Club. Dass man da wirklich eins fürs andere weiterbringt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dass das auch immer wieder abgesprochen wird, wie geht man vor, was sind die nächsten Punkte oder die Sachen, die wir planen. Jetzt ist, also ich finde das vorher verglassen, was ich da geschaffen habe, das Streckenangebot. Jetzt ist von meiner Warte von außen, also ihr seid ein Verein, der, glaube ich, auf Rennen aktiv ist. und das ist so aus meiner Sicht ja ein bisschen untypisch, dass man sich dann parallel auch noch für legale Strecken einsetzt. Kennst du da weitere Beispiele, vielleicht auch in eurer Gegend, wo es sowas gibt, oder ist da wirklich, also Eibeswald, so eine Oase sozusagen? Ja, ich meine, so in der Größe, als Radclub, glaube ich, sind wir da schon in der Region recht einzigartig, dass ich wirklich da auch für die Mountainbike-Touren einsetze, dass man da wirklich legal fahren kann. Es gibt einige Radclubs natürlich, die einfach Gemeinschaften sind, aber jetzt weniger sich für, oder teilweise schon sind, um da wirklich auch touristisch und einmal attraktiv zu werden. Unsere Touren gehen auch teilweise über die Landesgrenze hinaus, also nach die Staatsgrenze, muss man sagen, nach Slowenien. Dort ist es ein bisschen leichter, weil da sehr viele Strecken sowieso Strecken freigeben haben und denen ist es halt auch ganz wichtig, dass dadurch, dass das Aufkommen an Radfahrern immer größer wird und das eigentlich auch nicht zum Wegdenken ist, sage ich jetzt einmal, dass es einfach auch eine Kanalisierung der Mountainbike oder der Touren gibt, die geben eben Strecken frei, wo sie sagen, dort ist es uns recht, dass ihr fahrt und bitte bei den anderen, oder dass nicht jeder, ich habe gesagt, kreiz und quer irgendwo herumfahrt, es sind halt gewisse Strecken freigeben, die Mountainbiker halten sich wirklich bei uns sehr, sehr gut dran. Ich glaube, das kann bei uns da auch jeder bestätigen und auch die Besitzer der Grundstücke sind da wirklich sehr zufrieden, was wir da an Feedback zukommen. Natürlich sind die Strecken alle beschildert und Gott sei Dank halten sich wirklich auch die meisten Radfahrer dran, wirklich nur auf diesen Wegen zu fahren, an den Zeiten, die halt vorgegeben sind, dass es immer wieder schwarze Schafe gibt, das ist klar, das wird man nicht ganz in den Griff kriegen, aber es ist viel, viel besser, seitdem wir die legalen Strecken haben, als wie vorher, wo es das eben nicht gegeben hat. Und ich glaube, das ist auch der Punkt oder das ist auch eine Sache, wo wir versuchen, ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, legale Strecken frei, die über die Steiermark-Versicherungspolizei auch versichert sind, damit quasi den Grundstückbesitzern nichts nicht angeklagt werden kann. Und somit bleibt auch der Mountainbiker zum größten Teil auf der Tour dann und fährt eben nicht auf anderen Wegen, oder auf anderen Wegen, die er nicht möchte. Findet es, glaube ich, einen guten Konsens auch mit positiven Aspekten? Ich sage so, also wir versuchen so, dass es wirklich auch für alle Seiten passt. Wir haben auch das gleiche Problem mit den Jägern oder mit eben, wir haben sehr viele Grundstückbesitzer, sehr viele kleine Grundstückbesitzer, wo natürlich dann einer sagt, der Name ist das nicht recht, dann muss man wieder ausweichen von der Strecke oder versucht, Alternativen zu finden. Aber da ist eben unsere Arbeit liegt auch darin, dass wir auch versuchen, eben die wirklich einmal, oder das hat es auch schon öfter gegeben, dass man die wirklich auch alle einmal auf einen Ort bringt und mit denen wirklich auch Aufklärung, also Aufklärung auch stattfindet, dass man sagt, okay, was sind die Möglichkeiten, wo möchten wir die Strecken haben, was ist von seiner Seite möglich, dass es freigegeben wird. und dann eben Schritt für Schritt quasi die Strecke dann zu bauen beziehungsweise dann halt auch zu beschildern und dann das Angebot halt stetig zu erweitern für uns im Radclub und dann auch in weiterer Folge für Touristen, die zu uns daherkommen und die Touren dann fahren möchten. Ja, super. Danke. Damit gehen wir weiter an den Steffen. Ja, hallo. Ich würde gleich die Verena aus Innsbruck nochmal befragen. Und zwar, es gibt ja da sozusagen die Akzeptanz in zwei Richtungen bei solchen Initiativen. Wie habt ihr es hier in Innsbruck geschafft, wo es ja eine sehr, sehr große Bikeszene gibt, die sehr heterogen ist, als eine Vertretung oder als ein Sprachrohr dieser Biker wahrgenommen und akzeptiert zu werden? Als erstes vielleicht, wir haben, also es gab vor uns viele Vereine und der Zusammenschluss MTB Innsbruck soll ja quasi diese Vereinsstrukturen verknüpfen und wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, kein Verein zu werden, sondern eine lose Plattform, die quasi allen die Möglichkeit bietet, sich auf den Zeitraum, der jeder für sich selbst entscheidet, sich einzubringen. Ein Stück weit gibt es natürlich Leute, die das jetzt über einen längeren Zeitraum machen und auch intensiver und haben versucht, das Ganze relativ lose zu gestalten, weil uns oft vorgekommen ist, dass diese Vereinsstrukturen abschrecken und wollten jetzt einfach, wir haben uns gedacht, wir müssen jetzt irgendwas anders machen, um vielleicht das aufzubrechen. Wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel Zeit in Öffentlichkeitsarbeit investiert. Das heißt, erst mal in der Bikebabel selbst, die Biker, also möglichst viele Informationen von der Stadt, vom Tourismusverband zu sammeln und die quasi an die Biker zu tragen und damit quasi in erster Instanz die Biker zu informieren, was überhaupt momentan Status Quo ist. Also wie, es gibt ja immer viele Gerüchte und der hat das gesagt und die Nordkettenbahn hat das und das jetzt überlegt, aber wie es halt wirklich ist, darüber gab es keine regelmäßige, in Anführungszeichen, Berichterstattung und das war uns wichtig, da quasi in einer Art Informationsquelle zu sein und wir bemühen uns da auch, relativ up-to-date zu sein und dafür braucht es auch gleichzeitig intensiven Austausch mit der Stadt. Stadt heißt ja bei uns zum einen die Politik, die Stadtpolitik plus der Tourismusverband plus der Bikepark alles, was es hier um Innsbruck so gibt, quasi in regelmäßigen Gesprächen, in einem intensiven E-Mail-Verkehr mit den Jungs von Crankworks, dass man da Sachen auf die Reihe kriegt und auch Initiativen startet, um Mountainbiken sichtbar zu machen, also auch Artikel gemeinsam erstellt und da halt präsent zu sein. Und wie war die Rückmeldung sozusagen aus der Szene anfangs, habt ihr da zu kämpfen oder wie würdest du diesen Entwicklungsprozess beschreiben, war das schwierig oder einfach oder was waren so Meilensteine? Am Anfang und auch nach wie vor ist die Skepsis natürlich ziemlich groß, das sind jetzt wieder welche, die das wieder versuchen und ein Stück weit haben wir am Anfang auch oder sind ein Teil des Kernteams, ist auch über die letzten Jahre schon bevor sich MTB Innsbruck gründet hat, aktiv gewesen und die Skepsis ist nach wie vor groß, weil wir dadurch, dass wir kein Verein sind, natürlich auch nicht alle Bedürfnisse quasi abdecken können und alle Ideen quasi, die in der Bike-Synorum schweren, abdecken können. Und wir versuchen aber immer, ein möglichst breites Spektrum anzubieten und ja, Meilensteine, puh, schwierig zu sagen, ein großer Meilenstein war letzte Woche, wir durften quasi das erste Mal in der TT unsere Position darstellen, ein großer Meilenstein war, bevor MTB Innsbruck entstanden ist mit der Mountainback-Initiative Tirol, der Arzt der Eim-Trail in Zusammenarbeit mit der Stadt quasi ein erster legaler Trail Ja, grob so würde ich sagen. Okay, dann kling ich mich da gleich ein. Ich hätte an den Andreas eine Frage. Also wie ist das bei euch ins Wollen kommen oder hast du, wie startet man sowas? Wenn jetzt wer in einer Region ist, wo es sowas noch nicht gibt, wie fängt man sowas auf? Also die Frage kommt immer wieder auch von anderen, die solche Initiativen starten wollen und die Probleme natürlich mit Jägern und Grundbesitzern und Wandervereinen haben vielleicht, bei uns hat es eigentlich sofort funktioniert, aufgrund der Situation, der große Nutzungsdruck. Also ich verfolge das ja, ich fahre ja auch schon seit 30 Jahren oder was, mit Mountainbike und im Wienerwald und ich habe selber gesehen, dass die Wege, die man früher alleine nie gefunden hätte, auf einmal breite Einfahrten bekommen. Also du siehst einfach, wie viel gefahren wird auf den guten Strecken. Und ich rede jetzt nicht von den Rundkursen, es gibt ja vom Wienerwald-Tourismus, gibt es ja 1000 Kilometer Mountainbike-Strecke im Wienerwald, sondern ich rede einfach wirklich auch von den Trails, wo halt Leute, die lieber abfahrtsorientiert unterwegs sind und hier mehr Spaß suchen, diese Trails illegal in den Wald hineingefahren haben und dieser Druck, den kann man verfolgen, auch wenn man die Leute nicht sieht. Und die Waldbesitzer und die Förster, die sehen das genauso. und wissen genau, wie viel da zusätzlich dazukommt. Und das hat uns eigentlich schon die Tür geöffnet, dass wir einmal ins Gespräch gekommen sind mit den Grundbesitzern. Und es gab dann, ich glaube, das war 2014, ein großes Treffen bei den österreichischen Bundesforsten, wo eigentlich alle Interessensgruppen dort vertreten waren. Und wir haben dort eigentlich beschlossen, ein attraktiveres Angebot zu machen. Und zwar die Idee, die Leute nicht durch Verbote, weil die Idee ist natürlich auch, jetzt stellen wir die Polizei in den Wald und sagen ihnen, wie ist es verboten zu fahren. Die Menschen wissen das ja gar nicht. Sie wissen ja gar nicht, was sie hier tun. Es gibt eine gute Beschreibung auf einer Webseite vom Innenministerium, was erlaubt ist und was nicht. Aber die kennt ja keiner. Auch die Fairplay-Regeln, die immer oder schon seit Jahrzehnten fast für den Wiener Wald gelten, kennt kaum jemand. Und jetzt, wie können wir versuchen, die Konfliktsituation, den Nutzungsdruck, die Begegnung zwischen Wanderern und Mountainbikern, vor allem in den dichten Zeiten, Sonntagnachmittag, besser in den Griff zu bekommen. und das geht nur durch ein attraktiveres Angebot für jene, die genau das suchen. Und das haben wir eigentlich in Zusammenarbeit nur mit dem Wienerwald-Tourismus, das ist der Pächter von all diesen Strecken, und den Grundbesitzern und Biosphärenpark Wienerwald, das ist ja eine eigene Organisation, weil der Wienerwald Biosphärenpark ist, mit diesen Stakeholdern gemeinsam haben wir das geschaffen. Und die Lösung, wie gesagt, die Lösung geht nur über den Grundbesitzer, weil der Grundbesitzer muss es erlauben. Das muss man verstanden haben. Das Wegerecht, das Betretungsrecht von 1977 für die Fußgänger hat nichts mit dem Radfahren zu tun. Und man kann das auch nicht gleichsetzen und sagen, okay, da fordere ich jetzt auch, dass das für den Radfahrer und überall gilt. Das ist auch nicht nett, sage ich einmal, weil durch meinen Garten will ich auch nicht, dass die Leute durchlatschen oder durchfahren. Und das muss man auch irgendwo verstehen. Und, was ich auch noch sagen möchte, es gibt auch eine große Verantwortung aufgrund des Forstgesetzes für die Grundbesitzer im Wald von Wäldern, weil sie müssen den Waldcharakter erhalten. Wenn da jetzt Bauwerke gemacht werden, wenn da jetzt Strecken hineingefahren werden, dann ist dieser Charakter nicht mehr erhalten, und dann muss der Waldbesitzer, dazu ist er aufgrund des Forstgesetzes verpflichtet, das entfernen. Wenn er das nicht tut, dann entsteht eine Haftung. Vorher entsteht ja gar keine Haftpflicht. Also wenn ich illegal irgendwo runterfahre und mich haut es auf, es ist mein Bericht, es ist eine Haftung, gibt es da nicht. Aber in dem Moment, wo der Waldbesitzer damit konfrontiert ist, dass er einen Obstdeckel nicht entfernt hat, dass er eine Strecke nicht beseitigt hat, die illegal hineingefahren wurde, dann hat er schon auch Schwierigkeiten. Und das muss man verstehen. Mit unserer Initiative, Pinzke, mit unserer Initiative haben wir es geschafft, wirklich attraktive Strecken im nördlichen Wienerwald und am Arninger zu schaffen, legale zu schaffen und auch die Attraktivität so hinzutrimmen hinzutrimmen und so gute Strecken zu bauen, dass die Leute bevorzugt dort fahren. Und das hundertprozentig geht es nie, aber hat einen tollen Effekt. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt, dass man das Grundlegende versteht, dass man einfach das Einverständnis vom Grundeigentümer braucht. Ich möchte jetzt gleich zum Martin weitergehen. Hast du konkrete Tipps, wann wer so eine Initiative oder einen Verein starten möchte? Was würdest du ihm raten? Danke. Ich wollte noch was sagen zu den Statements von David und von Andreas. Ich bin absolut, wir sind absolut d'accord mit dem Kanalisieren. Und wie es auch der Andreas richtig gesagt hat, es beginnt beim Grundstückseigentümer. Wenn du dem Grundstückseigentümer keinen Mehrwert präsentieren kannst, das ist das Kanalisieren, dann wird es in den meisten Fällen nicht im Interesse des Grundstückseigentümers sein, dass dort Wege entstehen, Wege genutzt werden dürfen, dass man sich halt dort als Mountainbiker bewegt. Es ist meiner Meinung nach auch ganz klar zu differenzieren zwischen Bikepark und Sportanlage und Trails. Das ist meiner Meinung nach auch ganz wichtig. Das eine ist wirklich eine Sportanlage mit Einbauten, massiven Sprüngen etc. Und auf der anderen Seite so gut wie naturbelassene Trails. Wir sagen da Vereins immer minimal invasiv. Schaufel Krampen fertig, die halt dem, ich möchte jetzt nicht irgendwie ein Lager aufspalten, aber diesen ursprünglichen Mountainbiken eher gerecht wird. Wir sind auch sehr viele in Mountainbike Parks unterwegs. Wenn wer meine Historie kennt, ich bin sehr mit Mountainbike Parks verwachsen, aber da reden wir wirklich von zwei Paar Schuhen. Also Andreas super formuliert, ohne Mehrwert für den Grundstückseigentümer wird man so eine Initiative gar nicht beginnen können und das erste Gespräch ist immer mit dem Grundstückseigentümer. Ich habe wir unterhalten uns ja sehr viel mit Besuchern bei uns in der Trail Area Göttweig und sind immer wieder Gruppe von Leuten da, die sagen, wir haben jetzt ein, zwei, drei, vier Trails gebaut, jetzt steht der Grundstückseigentümer da und sagt, was macht er da und wir wollen das jetzt so rückwirkend legalisieren. Okay, da ist man in einer ziemlich verzwickten Situation. Ich sage nicht, dass das nicht geht, aber es ist halt ein Ansatz, so wie es der Andreas auch gesagt hat, ich mag auch nicht, dass in meinem Garten irgendwer irgendwas baut und mich dann nachher erst fragt, ob man was machen darf. Also erster Schritt definitiv Grundstückseigentümer, zweiter Schritt und das war halt bei uns eine sehr glückliche Fügung, weil wir auch vorher von Fortreinstrukturen gesprochen haben. Wir haben das große Glück gehabt, dass bei uns im Vorstand, der in den Anfangstagen aus sechs Personen bestanden hat, da gibt es einen Touristiker drinnen, da gibt es einen Diplom-Ingenieur für Tiefbau drinnen, da gibt es einen Juristen drinnen, da gibt es einen ITler drinnen. Also auch dieses Zusammenspiel von einer Kerngruppe von Leuten, das ist auch extrem wichtig, dass man da sehr breit aufgestellt ist. Und was ich auch immer dazu sagen muss, das ist unsere Erfahrung, man muss extrem engagiert sein und es ist wirklich nicht zu unterschätzen. Die Rennerei, die Anwaltsstunden, bis man mal einen Vertrag aufgesetzt hat, die Behördenwege, da muss man schon eine sehr ausdauernde und reife Persönlichkeit sein. Und ich habe es auch immer wieder gesagt im Freundeskreis, vor 20 Jahren wäre ich sicher nicht die Person gewesen, die da am runden Tisch mit Jägern, Förstern, Grundstückseigentümern, Anwälten, die vielleicht ein bisschen traditionell denken und konservativ denken, also ich wäre vor 20 Jahren wäre ich davon gelaufen. Und wenn man da eine erwachsene Gruppe an Personen, die ein gleiches Ziel verfolgt, an den Tisch bringt, dann wird es auch meistens was. Aber ausschlaggebend ist natürlich der Grundstückseigentümer. Der Rest, unserer Erfahrung nach, geht dann fast wie von selbst. Also dass man wirklich dann Leute auftreibt, die ihr eigenes Werkzeug mitnehmen und nach ziemlich losen Vorgaben dann Trails in die Landschaftszimmern, das geht. Da muss man nur aufpassen, dass sie in die richtige Richtung marschieren und sie dann motiviert hält. Aber zuerst einmal einen Konsens zu finden, das ist das Um und Auf. Und wie gesagt, abschließend zuerst fragen und dann bauen. Darf ich da noch was ergänzen? Gerne. Ja, also das ist schon wirklich ein Problem, das wir auch haben. Nämlich nicht nur Mitglieder, wir haben jetzt über 600 Mitglieder heuer, Mitglieder aufzustellen, die wirklich mitarbeiten. und da geht es jetzt nicht so sehr um einen Trailbau, da findet man eher Leute, die arbeiten, sondern es geht wirklich um die Backoffice-Geschichten. Da brauchst halt einen, der auf der Webseite was tut, da brauchst halt einen, der Facebook pflegt und solche Dinge, der Mitglieder verwaltet, das ist heftig. Und das zu schaffen und noch ganz kurz, warum Verein? Ich brauche halt eine Körperschaft, die einen Vertrag unterschreiben kann. Das geht mit einer Plattform-Initiative so wie Innsbruck, das haben wir auch wollen, weil Verein ist was, was die Mountainbikes sind, nicht die typischen Vereinsmeier, die Mountainbiker. Das kostet uns vielleicht auch Mitglieder, diese Einstellung, aber es geht nicht ohne, es ist halt einfach so. Und da muss man durch. Also ich glaube zusammenfassend kann man sagen, wie der Martin gesagt hat, zuerst Fragen dann bauen. Mir ist jetzt aufgefallen, es ist fast überall durch einen Nutzungsdruck entstanden. David, ich wollte bei dir nachfragen, dann weiß ich es nicht so genau, ist das bei euch durch den Druck entstanden oder warst du da irgendwie aktiv, also proaktiv eigentlich? Bei uns eher aktiv, also der Nutzungsdruck war natürlich auch da, aber eher von den, ja, dass es eher so war, dass schon immer mehr Mountainbiker natürlich auch geworden sind und die halt einfach, dass man gesagt hat, wir wollen es kanalisieren, aber eher war es dann so, dass wir hingegangen sind, wir wollen wirklich auch gute Wege freigeben und dann ist wirklich aktiv nach diesen gesucht worden und auch aktiv dann die Grundstückbesitzer angegangen waren und gesagt haben, kann man da nicht was machen, dass man zum Beispiel jetzt auf ihren Albenhitten rauffahren kann und den Wanderweg zum Beispiel runter, weil man den ja natürlich klasse nutzen kann, der vorher nicht erlaubt war, da ist wirklich aktiv hingegangen worden und mit dem dann eben das ausgesprochen und Gott sei Dank hat es dann da über Einkommen geben, ja. Jetzt hätte ich eine Frage noch an den Philipp, weil du vorher Alpenvereine genannt hast, da ist jetzt die Frage, habt ihr alle regionale Initiativen gegründet, gibt es oder hätte es irgendwie eine übergeordnete Stelle, also einen größeren Verein oder Verband gegeben, der euch da unterstützen hätte können? Ganz ehrlich, das haben wir eigentlich nie danach gesucht, wir haben uns da ziemlich schnell einmal selber organisiert, also das tut es, dass wir auch nicht so, sage ich mal, grundsätzlich, ja wie schon erwähnt, typische Vereinsmenschen jetzt sind, haben wir jetzt auch nicht wirklich einen Zugang gehabt zu Vereinen, die uns da unterstützen könnten, haben wir jetzt einfach irgendwie alles selber in die Hand genommen, mir würde es da auch niemand einfallen, zumindest bei uns in Vorarlberg, der da helfen zur Seite stehen könnte, weil bei uns so, ich sage mal, das einfach so war, dass diese Art des Mountainbikens, dieses Trail, also Biken auf dem Trail, von den Vereinen, die ich kenne, nicht wirklich, nicht verstanden, ist das falsche Wort, aber ja, es war da zu wenig präsent, aber das ist zu Cross-Country-mäßig, ich hätte da niemand gewusst, der uns hätte helfen können. Vielleicht darf ich die Frage noch ganz kurz in die Runde gehen, bevor ich an Stefan weitergebe, warum habt ihr regionale Initiativen gegründet, hätte es da irgendwie etwas Übergeordnetes gegeben, wo ihr euch hinwenden könntet, oder warum ist eben die regionale Initiative entstanden? Ich mache es nach einem First-Come-First-Serve-Prinzip. Oder sonst wähle ein Freiwilliger aus, Verena, bitte. Ich glaube, bei uns ist es auch so gewesen, dass man natürlich erst mal anfängt zu schauen, wo bin ich hier eigentlich und wo bin ich unterwegs und dann ist der erste Schritt, dass man sich eher lokal organisiert, weil wie ihr richtig gesagt habt, das Wichtigste sind die Grundbesitzer und die sind hier vor Ort und je nachdem sind die auch nicht irgendwie in der großen anderen Konstellation organisiert, sondern man hat lokal einfach Aufgaben quasi, die man einlösen muss oder irgendwelche Sachen, die man halt klären muss, die auf lokaler Ebene passieren müssen. Ich meine, Innsbruck ist jetzt quasi auch in Tirol als größte Stadt hier, aber dadurch sind halt auf Landesebene auch verschiedene Möglichkeiten, aber ich glaube, letztendlich geht es um den lokalen Wald, um das, was uns hier umgibt und da sind einfach auch Institutionen, die einfach auf sehr regionalen kleinen Raum einfach zuständig sind. Und auch bei hier gibt es keine Formen, die wir quasi hätten ansuchen können. Okay, danke. Steffen, das Wort geht an dich. Ja, ich würde da eben gerne einhaken, weil wie ihr ja beschrieben habt, sind die Rahmenbedingungen, egal ob es jetzt Vorarlberg, Wien oder Steiermark ist, grundsätzlich ja dieselben, wenn es um die Gesetze geht und da um die Haftungsfragen und ähnliches. Denkt ihr, dass es da, dass ihr euch geholfen gewesen wäre, wenn ihr Ansprechpartner gehabt hättet, die euch in der Hinsicht weiterhelfen könnten oder beim Zugang zu denjenigen, die da was verändern können oder habt ihr das alles sozusagen euch selbst erarbeiten müssen und dann individuelle Lösungen finden müssen für eure Situation vor Ort? Wenn ihr da vielleicht gleich mal ... Ah, ich glaube, das Mikrofon ist nicht ein. Geht's jetzt? Hört man mich? Hallo? Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's. Bei uns war's wirklich eine Aktion von null weg. Wir haben zwar überlegt, ob wir uns anschließen sollen an andere Initiativen, ob es da die Möglichkeit gibt und Wiener Waltrails ist eines unserer großen Vorbilder, das wissen wir ja, aber auch, was jetzt die Versicherungsfrage betrifft, etc. Ihr habt selber ein Unternehmen, unser Rechtsberater hat ein größeres Unternehmen, wir mussten trotzdem zu unserer Hausversicherung gehen und fragen, wie machen wir das? und die haben uns das auch nicht von heute auf morgen beantworten können, wie versichert ihr euch, in welcher Höhe, welche Deckungssumme, etc. Es hat auch sehr lange gedauert. Da ist, glaube ich, jedes Projekt so individuell, dass man das auch nicht über einen Kamm scheren kann. Also wir haben sehr lange Zeit gebraucht und sie uns auch genommen zu lernen und auszuprobieren. Und wenn ich da fragen darf, in Innsbruck, Verena noch einmal, hat es ja sehr viel mit Politik zu tun gehabt. Denkst du aus der Erfahrung, die ihr aus den letzten Jahren habt, jetzt da auch ein Entschuldigung, könntest du hier sozusagen andere beraten, wie man an die Politik herantritt oder für welche Argumente sie empfänglich ist? Ich glaube, das ist teilweise politisch natürlich eine sehr emotionale und individuelle Sache, was wir gemacht haben. Wir haben unglaublich viele Studien gesammelt. Innsbruck hat eine relativ große Sportuni, die natürlich da aktuell auch Studien erstellen und wir haben einfach versucht, das jetzt zu sammeln und das sind schon auch Sachen, die wir gerne teilen und weitergeben. Also wo es keine Ahnung, es gibt vom Arztler-Almtrail zwei, drei Sachen, die quasi dieses Lenkungsprinzip dokumentieren und wissenschaftlich belegen, dann geht es ein Stück weit auch um, was ist überhaupt ein Mountainbiker und weil größtenteils fehlt auch erstmal das Verständnis, so wie ihr gesagt habt, ein Cross-Country Fahrer ist oder ein Vorstraßen Fahrer ist ganz anders unterwegs und hat ganz andere Interessen als ein Trailfahrer und wir haben uns da im letzten Jahr auch, es gab ein Team, das sich dann quasi mit einer Studie beschäftigt hat, um einfach diesen Mountainbiker ein Stück weit zu charakterisieren und das auch anschaulich zu machen. Was ich vorhin vergessen habe, natürlich haben wir den großen Vorteil, dass es in Tirol die Möglichkeit vom Landesforst ausgibt, über das Mountainbike-Modell 2.0, das quasi Haftungsfragen und auch einen Teil der Trail-Baufinanzierung ermöglicht, letztendlich sind denen aber auch, wenn es um lokale Geschichten geht, die Hände gebunden, weil dann auch der lokale Forst zuständig ist, also hier in Innsbruck ist es der Stadtforst und da kann das Land Tirol noch so viele Möglichkeiten bieten, wenn die Grundbesitzer und der Stadtforst keine Möglichkeit sehen, ist es schwierig, ja, aber unsere Hoffnung ist nach wie vor, dass wenn man ein Stück weit das wissenschaftlich belegen kann, dass es eine gewisse Funktion von Trails gibt, im Sinne vom Lenkungsprinzip, dass man das dann quasi auch einer Politik nahelegen kann, dass es das braucht, aber letztendlich ist es trotzdem auch, also besonders hier kommt mir vor, teilweise eine sehr emotional diskutierte Geschichte, die auf Goodwill Möglichkeiten vom Grundbesitzer oder halt eben auch nicht und wie das Ganze dann auch argumentiert wird, zurückzuführen ist. Ich würde da ganz kurz einhacken, weil die Frage vorher aufgedacht ist, in anderen Ländern funktionieren Begegnungszonen zwischen Mountainbikern und anderen recht gut, also ich glaube, damit sind Shared Trails gemeint. Die Frage war konkret an Innsbruck gerichtet, Verena, wäre so etwas, also Shared Trails auch in Innsbruck denkbar? Es gibt von unserem Stadtforst eine ganz klare Aussage dazu, dass sie es nicht für sinnvoll erachten. Ich glaube, dass das in Innsbruck konkret zum Beispiel auf der Nordkette auch schwierig ist, weil einfach die Frequenz super, super hoch ist und quasi, wenn man jede fünf Meter quasi eine Begegnung hat, hat da weder der Wanderer noch der Mountainbiker dran Spaß. Es gibt um Innsbruck aber definitiv Gebiete, wo das möglich wäre und wo einfach die Frequenz nicht entsprechend hoch ist und in unserer Position ist ganz klar, dass man das durch ein komplettes Konzept für Nordkette, Patschakofel und auch die Südseite realisieren kann und zwar wenn man gewisse Gebiete definiert, wo beides möglich ist, gewisse Gebiete definiert, wo bestimmte Sachen nicht möglich sind, aber wenn man quasi das gemeinschaftlich angeht und eine gemeinschaftliche Kommunikation auch findet und eine gemeinschaftliche Nutzung des Berges möglich machen will, dann kann das möglich sein. Darf ich kurz noch etwas sagen zum Terminus Mountainbike Trail? Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es sehr schwierig war, einer Gebietskörperschaft zu übersetzen, was ein Mountainbike Trail ist. Und das war eigentlich sehr viel Arbeit für uns und auch eine Gratwanderung ins Amtsdeutsch zu übersetzen, was wir vorhaben. Und bitte korrigiert es mich, aber unseres Wissens nach gibt es da keine Übersetzung. Die wissen zwar, was eine Forststraße ist, die wissen vielleicht, was ein Wanderweg ist, aber was wir da befahren wollen, haben sie in ihrem Repertoire nicht. Und das macht es natürlich schon sehr schwer. Ich glaube, das würde ja viele Besätze da im Brandner Tal eigentlich dann einen ganz radikalen Weg er gegangen. Also wenn es keinen Bikepark gibt in einem Land, also wie erklärt mir das dann Behörden? Das wäre ganz interessant. Gut, was wir gemacht haben, also begonnen hat es auch mit einem wirklichen guten Konzept, das grafisch auch aufgearbeitet und wunderschön, dann hat es begonnen, ich meine, es war schon einmal so, was man unterscheidet zwischen Bikepark und Trained, sehe ich auch so. Wobei wir jetzt ja, wobei es ging uns ja auch um Trails, nicht nur als typische Bikepark Geschichten, aber was wir noch machen mussten zu Beginn, wir haben zum Beispiel das Wort Downhill haben wir aus unserem Sprachgebrauch eliminiert, wir haben das nicht verwendet irgendwo in der sämtlichen Kommunikation, weil wir davon überzeugt waren, vielleicht immer noch sind, dass das irgendwie negativ behärftlich ist das Wort, negativ im Sinne von zu gefährlich zu schnell zu radikal und dann als wir das erste Mal ein Gehör gefunden haben, haben wir das eigentlich auch recht pragmatisch gemacht, wir haben Grundstückseigentümer dann sämtliche Interessensgruppen genommen, in einen Reisebus gesetzt und sind gemeinsam in die Lenzer Heide gefahren, haben das, also vor allen Dingen wichtig war für uns auch die Agrar-, beziehungsweise die Alper, das ist alles Weidegebiet, wo wir sind und das war die größte Knacknuss für uns war im Prinzip die Weidewirtschaft, weil wir haben da sehr viele Kühe im Sommer und da ist eine Schausehnerei und da waren die Leute hin und da ist Mutterkuhhaltung und da sind Kälber und es ist Koppelhaltung und die Fahrerfahrer fahren dazwischendurch, also den Grundstückseigentümer hatten wir recht schnell, aber der das Nutzungsrecht hat auf dem Boden, es ist die Alpe, das war die Knacknuss für uns und die haben wir eingeladen, wie gesagt, sind in die Lenzer Heide gefahren, haben das wunderbar arrangiert, haben da drüben sofort einen Trailbauer getroffen, der gesprochen hat, haben irgendwie jemanden von den Bergbahnen und zu guter Letzt haben wir sogar nach einem Landwirt getroffen, der seine Kühe ebenfalls mitten im Gebiet hat und dann ist eigentlich, das war das Wichtigste vielleicht von Manzen, der hat wirklich gesagt, wie das läuft, wie sich Kühe, ob die sich bedrängt fühlen vom Mountainbike und so weiter, das war im Prinzip dann unser Schlüssel zum Erfolg, dass wir die Leute eingepackt haben und woanders hin das erklärt haben und plötzlich war es dann so, dass im Prinzip auch Leute, die den Sport nicht machen, auch heute bestens darüber informiert sind und auch schon unser Mountainbike Fachstabon verwenden, wenn die mit uns reden, also die wissen genau, wenn man von einem Drop spricht, das ein Drop ist und ja, also das, ja, die haben wir so weit gebracht. Also ich habe das Jargon in der Agrargemeinschaft ziemlich weit gepusht. also so ein Fazit mit Best-Practice-Beispiele arbeiten und dir herzeigen, oder? Das hat auf jeden Fall bei uns gewirkt und was halt schon auch so war, ich meine, noch einmal gänzlich zu unterscheiden, sage ich mal, wie jetzt Wiener Waldtrails, wo es darum geht, der urbaner Raum, extremer Nutzungsdruck, ich sage mal, das ist nicht wirklich ein touristisches Angebot, sondern wirklich für ein Naherholungsgebiet, für die, zumindest so stelle ich mir das Ganze vor, haben wir in Vorarlberg übrigens auch die Regionen, wo jetzt eher nett touristisch sind, wo sehr die enge Bevölkerungsdichte ist, im Vorarlberger Rheintal zum Beispiel, wo wir dieselbe Situationen haben, wie jetzt in Wien, viel, viel kleiner logischerweise, weil wir viel weniger Einwohner sind, aber auch wenig Platz und wo sich die Mountainbiker quasi nicht Touristen, also wirklich die ortsansässigen Mountainbiker, die Trails suchen, also diese Problematik kennen wir auch, bei uns eben im touristischen Sinn war dann halt eben auch schon wichtig, dass eben die, im Prinzip ist irgendwie doch jeder Landwirt oder Landwirt, irgendwie jeder, der irgendwie prinzipiell mal gegen das Ganze ist und nicht wirklich das Interesse hat, hat profitiert und auch schon am Tourismus. Das war also für uns schon wichtig auch zu sehen, dass da auch Wertschöpfung stattfindet, sei das in Bergrestaurants, sei das bei Inbetriebnahmen von Seilbahnanlagen und ganze alles stellen, das war für uns schon auch ein riesengroßer Faktor, dass wir wirklich belegen konnten mit Best-Practice-Beispielen, mit Besuchen anderer Regionen, dass damit auch am Ende vom Tag sage ich mal Geld zu verdienen ist und zwar für jeden, auch nicht unmittelbar für jemanden, der zum Mountainbike verleiht oder ein Lift-Ticket verkauft, sondern auch wirklich eben, der vielleicht auch seinen Käse auf irgendeiner Alpe verkauft, dass auch der profitiert von der ganzen Geschichte und das sind so, ich glaube, das war der Schlüssel zum Erfolg. Darf ich da was ergänzen? Zu dem Thema Verständnis unseres Sprachgebrauchs und auch Vorstellungen, was wir da tun. Wir haben vor zwei Jahren, glaube ich, um, es gab ja jetzt eine ganze neue Organisation oder Neuplanung der Strecken im Wienerwald und läuft im Moment die letzten Arbeiten der neuen Beschilderung, ja, aber, und auch die Verträge mit den Gemeinden wurden neu gemacht, um das aber dafür einen Weg zu bereiten, sind Workshops gemacht worden und bei einem Workshop war ich dabei, das war, glaube ich, Wiener Bezirksvertreter drinnen und man glaubt nicht, wie wenig Vorstellungen die von dem haben, was wir da machen. Die finden das abartig, ja, überhaupt mit einem Fahrrad im Gelände zu fahren. Das, das, man beginnt bei null wirklich, also das passieren zum Teil die Pachten von den Mountainbike-Strecken. Das muss man auch noch immer sagen, ja, dass jeder Meter Mountainbike-Strecke Geld kostet, pacht nämlich an den Grundbesitzer. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist es so. Ich würde da gerne eine Frage anschließen, die zu dem Thema passen würde, und zwar in die Steiermark, bitte zum David. Dort hat man ja versucht, das Tiroler Mountainbike-Modell 2.0 sozusagen zu übernehmen. Ist euch das in eurer Arbeit zugutekommen? Hat das überhaupt irgendeinen Einfluss gehabt? Oder wie würdest du das beurteilen? Wäre das sozusagen etwas mit Vorbildcharakter gewesen für euch? Ich kenne das Projekt jetzt nicht konkret, aber ja, bei uns ist es im Prinzip so, dass es einfach mit dem Einverständnis der Grundstückbesitzer, so wie es vorher schon gesagt hat, übereinkommen ist und zum Thema vorhin noch, die Tiroler Projekt 2.0 kenne ich jetzt nicht genau, wie es wirklich ist, ganz eine wesentliche Rolle spielt das auch der persönliche Kontakt, das wollte ich vorhin auch noch sagen, vom Verein, dass das auch wirklich von uns, vom regionalen Verein ausgeht, dass man zu dem Grundstückbesitzer ergriffen wird, sondern ich glaube, bei uns ist es ganz wichtig, das ist den Grundstückbesitzern wichtig, dass es auch wirklich von dem heimischen Verein ausgeht und eben mit uns persönlich da Kontakt haben und die Vereinbarungen auch treffen und nicht von ihnen einer großen Initiative ausdenken. also das ist glaube ich bei uns da im ländlichen Bereich ganz wichtig, dass da wirklich ein persönlicher Kontakt da ist zu den Grundstückbesitzern und auch mit den ganzen anderen Verhandlungen mit Gemeinden und so weiter, dass man da wirklich persönliche Ansprechpartner vor Ort hat, was das Ganze betrifft und nicht von einer großen Initiative ausgeht. Ich glaube, das ist bei uns auch ein Schlüssel zum Erfolg, dass wir da wirklich so weiterkommen. Ich glaube, wenn es zu groß wäre, hätten sehr viele Grundstückbesitzer schon gesagt, wir wollen da nicht dabei sein, wir wollen keine Mountainbiker, aber durch, dass wir das eben so mit persönlichem Kontakt sehr viel spielen oder uns auch selbst wichtig ist, kommen wir da am ehesten weiter, dass wir da sukzessive unser Angebot ausbauen. Das ist ja recht interessant, weil es gibt ja auch die Forderung nach einer generellen Öffnung von Vorstraßen oder Wegen. David, wie siehst du das? Würde euch das erleichtern? Würde es schwerer machen? Würdet ihr das begrüßen? Wie steht du dazu? Grundsätzlich natürlich wäre es auf der einen Seite zu begrüßen, weil man denkt, okay, dann kann man endlich überall fahren, wo es Straßen gibt, sozusagen, aber wir gehen eigentlich so weit vom Radclub aus, dass wir sagen, wir sind mit unserem Weg, dass man wirklich sagt, der Kunststoffbesitzer kann nach wie vor immer entscheiden, welchen Weg das er freigibt, dass er im Prinzip entscheidet, da möchte, dass die Mountainbike unterwegs sind, ein anderer Weg ist vielleicht durch Forstarbeiten, durch Verkehr im Wald und so weiter, eher nicht gut, auch aus Gefahrensichten, dass er da wirklich entscheidet und da da wirklich ein Abkommen treffen wir zwischen dem Radclub und dem Grundstückbesitzer, dass man sagt, okay, wir wählen wirklich gezielte Strecken aus und nicht pauschal alle, weil dann ist es einfach dann wieder so, dass alle überall fahren und das möchte man eigentlich wir dort vorhin bei uns vermeiden, dass man wirklich sagt, wir können die Leute dorthin leiten, wir geben den Weg frei, den Weg frei, der für beide Seiten passt und somit ist einfach das Konfliktpotenzial einfach kleiner. Bei uns kennt man die Leute natürlich auch sehr persönlich und da ist auch wichtig, dass es da eine gute Chemie herrscht, weil man will ja quasi nicht mit irgendwem einen Prozess führen, nur weil man dort jetzt unbedingt fahren will, sondern es soll wirklich ein Miteinander sein und das ist uns ganz wichtig. Ich würde ganz kurz noch in der Runde abfragen, wie da die Stimmung zu der Frage ist. Martin, darf ich mit dir weiter machen, generelle Eröffnungen, Vorstraßen, Wege, wie stehst du dazu? Da gibt es zwei Aspekte, das eine ist, ich bin mit einem Förster recht gut befreundet und wir diskutieren das Thema oft und wir haben auch schon Gespräche geführt mit anderen Gemeinden, die Ähnliches überlegen wie am Göttweiger Berg und da ist immer wieder das Thema gekommen Forststraße und die Aussagen, eine Forststraße ist für die Forstarbeit gebaut und ich kann das schon zu einem gewissen Teil nachvollziehen, auch weil wir uns sehr viel im Wald bewegen, da gibt es schon sehr gefährliche Situationen auch, ein großer Holz Schleppzug, der um eine Kurve birgt, ist nicht so ungefährlich und diese Straßen sind halt jetzt einmal für die Holzbringung und für die Bewirtschaftung des Waldes größtenteils angelegt, das ist das Erste, ich sage nicht, dass sich das komplett ausschließt, das andere ist halt und da kann ich jetzt nur wiedergeben Gespräche mit einigen Grundstückseigentümern, wo es dann in die Richtung geht, wenn die Forststraßen freigegeben sind, haben wir natürlich als Mountainbiker unter Umständen weniger Argumentation wirklich seriöse Trails zu bauen, weil es dann heißt, naja, ihr habt eh was zum Fahren auf gut Deutsch, also das darf man glaube ich auch nicht unterschätzen, ich sage nicht prinzipiell nein, aber man muss das schon auch bedenken, das Erste ist die Gefahr auf der Forststraße, das Zweite ist halt dann natürlich schon eine Reaktion, wo dann Mountainbiken im Wald erlaubt ist, aber auf seriösen und anspruchsvollen und lustigen Trails dann, ja, schließt sich das irgendwie aus. Okay, danke. Andreas, du hast es hier vorher kurz angängen lassen, aber vielleicht deine Position auch dazu. Krust. Ich kenne ja auch diese Idee, die Naturfreunde haben das ja auch sehr stark verfolgt in der Vergangenheit, diese Idee, dass man mal die Forststraßen zumindest generell freigibt. Ich denke halt, das hilft dem Lenkungseffekt nicht wirklich. Wir kriegen dann natürlich wieder keine Trennung zwischen Wanderern und natürlich brauchen wir Forststraßen auch für unser Wegenetz, das ist keine Frage. Da wäre es interessant, dass man sagt, okay, wenn eine Forststraße für eine Verbindung benötigt wird, dann sollte sie auch freigegeben werden. Bei uns ist die Situation halt so, dass wir sagen, okay, Forststraße, das muss man mit Grundbesitzern besprechen und das funktioniert zum Großteil auch gut. Wir haben auch sehr viel in diese Richtung weitergebracht, eben mit der neuen Wegenetz Konfiguration und mit den neuen Beschilderungen. Ich glaube, das reicht und man sollte es auch nicht übertreiben. Ich denke, Hauptargument ist der Lenkungseffekt, weil man darf nicht vergessen, viele Wanderer bewegen sich bei uns auch auf Forststraßen oder auf Forstwegen. Das ist eine unterschiedlichste Beschaffenheit da. Was ist eine Forststraße? Das ist schon einmal schwierig zu definieren. Verena darf ich die Frage an dich weiterleiten. Wie siehst du das? Generelle Öffnung? Ich schließe mich, glaube ich, den gemischten Gefühlen an, weil natürlich wäre es zu wünschen, dass es eine generelle Öffnung gibt. Dann ist es aber trotzdem so, dass man ja in Ballungsgebieten, so wie wir das vorhin zum Thema Shared Trail hatten, dass einfach der Nutzungsdruck gerade um Innsbruck gibt es einfach Stellen, die einfach sehr, sehr, sehr extrem sind. Und deswegen glaube ich, dass da eine Lenkung durch Schilder, durch ein Angebot sehr wichtig ist. Ich glaube, dass das funktionieren kann und dass das auch Gespräche generell öffnen würde, wenn der Wille da ist, hier mehr zu tun. Aber ich glaube auch, dass es bestimmte Orte braucht, wo das nicht sinnvoll ist. Wandersteige und Trails halt nur nach besonderen Vorschriften. Davon halte ich glaube ich auch nichts, weil dann gehen wir in die Richtung Baden-Württemberg, dass man dann auf eine 2-Meter-Regel oder so kommt. Und ich glaube, dass es da einfach auch eine Regelung braucht, die quasi funktioniert. Und dass man da aber ganz lokal auch schauen muss, was sinnvoll ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wünschenswert, dass mehr geöffnet wird. Also gerade hier in Tirol. Okay, alles klar. Philipp, bitte noch deine Meinung dazu. Hätte euch oder würde euch das was helfen, die Forderung oder die generelle Freigabe eigentlich? Also ihr habt dazu, ich meine, es ist wirklich meine persönliche Meinung und gar keine gemischten Gefühle dazu, weil ich bin total gegen eine allgemeine Öffnung der Forststraßen. Ich möchte auch erklären, aus genau zwei Gründen. Zum einen, und jetzt wieder muss man auch unterscheiden, wo befinde ich mich. Befinde ich mich jetzt irgendwo sehr nahe am urbanen Gebiet, wo sowieso schon extrem eine große Nutzung in der Natur stattfindet? Begebe ich mich irgendwo in Skigebieten, wo extremer Druck auf die Natur ausgeübt wird? Oder begebe ich mich zum Beispiel genau in so einem Egal, ob es das Ötztal oder ob es das ist bei uns das Brandertal, wo es oftmals so ist, dass ein Teil des Tales, ein Teil der Natur intensiv touristisch genutzt wird und dann ein anderer Teil vielleicht total sanften Tourismus hat, wo im Prinzip fast niemand hinkommt. Und jetzt passiert Folgendes, während vielleicht noch vor ein paar Jahren eine 1000 Höhenmeter Tour mit dem Mountainbike, damit man irgendwo irgendwo ein Tal reinkommt, eine gewisse Grundkondition erfordert hat, ist es plötzlich möglich, weiter wie jetzt ein Wanderer, weil ein Wanderer, der kann ja auch nicht einfach nur 20 Kilometer in den Tal reinlaufen, aber ich sage jetzt mal speziell jetzt beim Thema E-Bike, plötzlich ist der Radius viel, viel weiter geworden und aus dem Grund bin ich eigentlich schon ganz deutlich gegen eine allgemeine Öffnung von Forststraßen, weil ich möchte schon irgendwie oder es wäre schon gut meiner Meinung nach das ein bisschen zu lenken, damit wir auch der Natur die Möglichkeit geben, sage ich mal ja, durchzuatmen und Regionen zu schaffen, Gebiete zu schaffen, wo die Natur geschützt ist und weniger intensiv genutzt, einerseits oder andererseits stimme ich dem zu, dass natürlich mitunter eine allgemeine Öffnung bedeuten würde, dann tun wir aber auch allgemein alle Wanderwege und Fels schließen und vor dem hätte ich am meisten Angst, weil das wäre ja das Schlimmste, was mir passieren könnte, denn für mich gibt es nichts Schlimmeres, wie auf einer Forststraße bergab zu fahren, wahrscheinlich geht es euch allen genauso und ich hätte Angst davon, dass man mir meinen Hometrail mit einer Fahrverbotstafel, der eigentlich eh schon geschlossen ist, weil er nicht legal ist, aber momentan wo kein Kläger, da kein Richter, dann wirklich mit einer Fahrverbotstafel quasi mich noch sanktioniert, wenn ich runterfahre, von dem hätte ich am meisten Angst. Meine Meinung ist es, wir sollten uns ganz gezielt herausschauen, okay, was wären sinnvolle Touren, wo wären Trails, was wäre leicht zu erschließen, wo ist auch die beeinträchtigung der Natur überschaubar und so weiter und da dann bewusst freigeben. Keine Rede, wir brauchen definitiv mehr legale Mountainbike-Strecken, vor allen Dingen mehr legale Trails, also das ist nicht die Abrede, aber gelenkt und ganz bewusst entschieden, wo wird gefahren und auch vielleicht untersucht und geprüft, warum gerade das an der Stelle Sinn macht und dann freigeben, beschildern und grünes Licht geben für solche Strecken. Perfekt, Steffen, bitte sehr. Eben jetzt ist bei uns im Forum bei der Ankündigung zu diesem Talk die Frage mehrfach aufgetaucht, inwiefern solche lokal begrenzten Insellösungen und Erfolge, wie ihr sie ja alle vorweisen könnt, nicht auch sozusagen, so wie du es jetzt gerade erklärt hast, Philipp, für die Leute, die jetzt zum Beispiel in einer Gegend wie Obersteiermark wohnen, ein Problem sein können, weil man dann sagt, ja wieso, es gibt ja eh Hausnummer Bikepark, Schladming, was braucht ihr in Leoben jetzt noch einen legalen Trade, aber das heißt dann eben ja für diese Leute, dass sie durch, also, dass sie für sie das dann eher einschränkend wirken kann, wie setzt ihr diese Kritik oder diesen Ansatz, dass es trotz solcher regionaler Erfolge eine übergeordnete Lösung oder Freigabe oder Möglichkeit bräuchte, auch in Regionen, wo es jetzt vielleicht kein touristisches Interesse gibt, dort legale Möglichkeiten zu schaffen? Ich kann natürlich gerne was sagen, weil das auch ein Thema ist, das mich sehr beschäftigt, das ist eben auch gerade bei uns in Vorarlberg so, das war schon damals beim Bau des Bikeparks so, dass man gesagt hat, ja es gibt ja aber schon einen einzigen Trail am Allberg, wo auch klar war, okay, der ist aber jetzt nur für ganz wenige Leute, weil der ist im Prinzip nur schwer zu erreichen, man muss weiter hinfahren und bei uns ist es wirklich aktuell genau eigentlich das Thema, wir haben jetzt das Glück, einerseits eben im Brandertal uns da total auf Mountainbike zu konzentrieren, Trails zu bauen, Trails zu schaffen, aber eben andererseits in, weiß nicht wer von euch schon in Vorarlberg war, im Rheintal, das ist im Prinzip von Feldkirch, die ist Bregenz mehr oder weniger durchgehend besiedelt, da gibt es nicht wirklich ländlich, alles ist nicht ländlich, aber dicht besiedelt und da sind Mountainbike ohne Ende und es gibt in diesem ganzen Raum nicht wirklich ein einziges legales Angebot und man kann nicht erwarten, dass jemand, der vielleicht in seinem Büro sitzt, dann am Abend um 18 Uhr ins Auto noch, wobei die Lifte auch schon zu hätten, da ins Brandertal zu fahren und Sport auszüben, das heißt, da haben wir keine Möglichkeit den Sport auszüben und da braucht es dringend Schreckenangebote. Generelle Freigaben nicht, aber halt wirklich Trails. Und würdet ihr das dann so sehen, dass zum Beispiel, wenn basierend auf den Erfahrungen, die ihr jetzt mit lokalen Lösungen habt, die erfolgreich sind, dass man davon vielleicht was ableiten könnte, dass es leichter macht, eben in Regionen, die weniger touristisch sind, wo es weniger, eine weniger aktive Szene gibt, auch dort was zu realisieren, vielleicht Wienerwald, von Wienerwald Trails oder vom Trailwerk Wachau, hätten sie da, denkt sie, Handlungsempfehlungen, die sich von euren Erfahrungen ableiten ließen für solche Gegenden. Unser Projekt hat keine touristische Komponente. Unser Projekt, die Trail Area Göttweg, ist von Mountainbikern für Mountainbiker, wie ich, meine Freunde, alle, die ich kenne und die sich bei uns oben bewegen, das ist nach der Arbeit, stressfrei, ohne Jagdpersonalbegegnung, wenn ich es jetzt wirklich so formulieren darf, Mountainbiken. Und daher ist das entstanden. Wir wollten auch keinen touristischen Mehrwert in unserem Projekt darstellen, weil wir es seriös nicht können. Für das ist die Region nicht entwickelt genug. Und es gibt auch sehr wenig touristischen Mehrwert. Das kann in einigen Jahren vielleicht so sein, dass wir touristisch etwas entwickeln sollen oder wir uns in die Richtung entwickeln. Wir haben sehr viel Grazer da, wir haben sehr viel Slowaken da, wir haben sehr viel Tschechen da, die halt einfach für einen Tagesausflug kommen. Aber das Wichtigste ist, und das ist genauso für die Obersteiermark, aber auch für Kärnten oder andere nicht touristische Regionen am Abend und am Wochenende Mountainbiken zu gehen auf interessanten Trails stressfrei und meine Frau sagt immer und ich bin nicht so der große Wirtshausgeher, meine Frau sagt immer der Göttweger Berg ist mein Staumtisch und so ist es und ja und deswegen glaube ich sollte es mehr solche Initiativen geben, weil ich glaube der David hat es gesagt auch aus der Region viel leichter zu verhandeln ist. Da kennt einmal der wen der Grundstückseigentümer ist, der dem Ganzen vielleicht einmal nicht prinzipiell abgeneigt ist und das ist einmal ein Anfang Gespräch zu führen und dann kann es weiter gehen. Martin darf ich da wieder ergänzen beziehungsweise erklären, ihr zahlt ja keine Pacht soweit wir das gelernt haben. Wir waren ja bei euch mit unserer Weihnachtsausfahrt und haben uns gut kennengelernt. Das ist im Wienerwald nicht so. Also ich spreche da jetzt im Namen des Wienerwald Tourismus, das ist ja die Firma, die Organisation, die dafür zuständig ist, die auch Pächter ist für die Strecken und das ist schon ein großes Problem, weil die Pacht für die Wienerwald Strecken, das ist sicher jetzt höher geworden, ich schätze einmal, die liegt irgendwo bei 90.000 Euro im Jahr und die muss da mal aufstellen und da geht es wirklich darum, dass die Gemeinden einen großen Teil mitzahlen und die wollen natürlich Übernachtungszahlen sehen und die Wiener übernachten dort nicht und damit haben wir hier schon ein Problem, dass die öffentliche Hand hier nicht wirklich Interesse hat, da Finanzierung zu unterstützen. Es gibt keine oder fast keine Förderung in die Richtung, sondern das muss selbst finanziert werden. Andreas, da gehe ich ganz mit dir. Wir sind in der glücklichen Lage, keine Pacht zahlen zu müssen. Davon sind wir auch gar nicht ausgegangen am Anfang des Projekts. Es ist aber, ich würde für eine kleinere Trail Area unserem Verein auch zutrauen, dieses Geld aufzustellen. Ich glaube, um dem soll es nicht scheitern. Natürlich in einer Dimension von Wiener Wald Trail ist definitiv nicht zu machen. Wir zahlen nur für unseren kleinen Bikepark die Pacht, also in Weidlingbach, diese zwei Strecken. Der Rest ist auch die Shared Trails, die wir auch gestalten und bauen. Sehr viel gebaut in dem Bereich, aber die Pacht zahlt Wiener Dank. Da sind wir auch sehr dankbar dafür und auch die Wegerhaltungspflicht und die Beschilderungspflicht liegt beim Wiener Wald Tourismus. Aber das kostet wirklich viel Geld. Heuer haben wir das erste Mal ein gutes Budget. Großen Dank an Herrn Vielhaber, der wirklich Initiativ war und einen Durchbruch geschaffen hat. Aber das ist das Problem. Wenn man da im Rheintal versucht, ein Streckennetz aufzubauen, was dort wahrscheinlich der Bedarf wäre, um die Mountainbiker dort aufzufangen, dann wird das wahrscheinlich ein Finanzierungsthema auch sein. Definitiv. Definitiv. Denkt Sie eben, wie er gesagt hat, in solchen Regionen was zu schaffen wird ein Finanzierungsthema sein, dass man da dann auch die Politik mehr ins Spiel bringen sollte. Immerhin geht es ja doch um eine nicht ganz zu vernachlässigende Gruppe von Freizeitsportlern, man spricht in Österreich von rund 900.000 Menschen, die aktiv am Mountainbike unterwegs sind. Inwiefern würde der solcher Forderung bei Legitim erachten? Ja, kann ich noch was dazu ergänzen? Es ist bei uns natürlich wie Niederösterreich nicht einfach. Rot-Schwarz, da geht nichts. Also die Niederösterreicher sagen, für die Wiener, die sind nur regional, die machen keine Übernachtungszahlen, für die machen wir nichts. Und die Wiener sagen, in Niederösterreich investieren wir nicht. Punkt. Fertig. ausdiskutiert. Also die Politik muss noch überwinden. Mehr habe ich nicht gelernt noch bei dem Ganzen. Ganz am Anfang war ja auch das Thema, wie man sich organisiert, ob man sich über regional und national organisieren soll. Unsere Lobby ist einfach zu schwach. Genau das wollte ich jetzt sagen, es ist wie wenn das nach Drehbuch laufen würde, weil jetzt schließt sich gerade der Kreis vom kompletten Gespräch. Das ist ja der Grund eines Vereins Gründung, weil eben als Beispiel jetzt, ich meine, es ist jedem klar, wie wichtig ein Fußballverein in einem Ort ist, der beschäftigt so viele Schulkinder, der gibt so viel, also wie viele Leute werden in einem Fußballverein bewegt, also keine Diskussion, ich möchte nicht eben tipptopp, kein Mensch diskutiert, aber man diskutiert schon auch, aber es ist auch klar, dass Fußball auch die Gemeinden Geld kostet, weil die Plätze sind auch geachtet, die werden in Stand gehalten und so weiter. Das kann man jetzt durchspielen, einfach sehr viele Sportarten und ich sage einmal so, wenn wir als Mountainbiker eben genauso organisiert wären, wie diese traditionellen Sportarten, die ihre Sportstätten haben, dazu vielleicht noch was danach, die ihre Sportstätten haben, dann hätten wir auch Sportstätten Förderungen beziehungsweise dann würde auch nicht im Fall gesteckt werden, dass vielleicht eben auch Pacht zu bezahlen ist für unsere Trails und zum Thema Sportstätten zum Beispiel auch noch wichtig, zum Beispiel ein Bikepark, der wo jetzt noch einmal anders ist wie ein Trailnetz, wo man wirklich gesagt hat, das ist wirklich ein Berg, das ist eben keine Sportstätte, das ist noch total wichtig, ein Skigebiet ist auch keine Sportstätte und das heißt, dass die ganzen Sportstätten Förderungen, die es gibt, die sind immens in Österreich, wenn man zum Beispiel eine Eishalle baut, eine Skisprunganlage, einen Fußballplatz, wenn sich sogar noch Gemeinden zusammenschließen und das in einem gemeindeübergreifenden Projekt machen, da sind die Förderungen gewaltig, also da reden wir von 30, 40 Prozent und mehr Fördergeldern, das gibt es halt beim Trail-Thema nicht und wenn wir besser organisiert wären, mehr Vereine hätten, mehr Lobby hätten, dann glaube ich, wäre es eben auch möglich, Sportstätten für Mountainbiker zu bauen. Ich glaube, dafür ist es aber ganz wichtig, dass Mountainbiken quasi aus dem Wald rauskommt und sichtbar wird, weil Mountainbiken passiert jetzt in einem Gelände, wo jetzt quasi jemand, der sich mit dem Thema nicht auskennt, ich habe vorhin gesagt, man muss denen auch erst mal erklären, was wir da überhaupt machen, also sich auf ein Fahrrad setzen und Skye zu finden, über ein Steinfeld oder eine Wurzel rüber zu fahren, das ist für jemanden, der damit noch keinen Berührungspunkt hatte, einfach schwierig zu verstehen und ich glaube, also das ist auch eins der Themen, die wir hier versuchen, dass man quasi ja, ein Gesicht entwickelt und das Thema einfach in eine gewisse Lobby hebt und dem Ganzen eine Stimme gibt, ein Gesicht, das sichtbar ist und zwar auch nicht nur in der Bike-Bubble drin, sondern auch außerhalb. deswegen habe ich vorhin auch gesagt, dass es für uns ein großer Meilenstein war, bei uns in der TT, in der Tiroler Tageszeitung einen Artikel zu haben, wo wir genau Sachen mit, das hat jemand von euch auch gesagt, dass es wichtig ist, sich von diesem Downhill-Bild zu verabschieden, ist und das Mountainbiken als Breitensport darzustellen, zu zeigen, dass das jeder machen kann, dass es ein Kind machen kann, dass das auch Senioren unterwegs auf dem Mountainbike sind, das ist einfach ein Bild zu zeichnen, das ganz breit ist und dass es einfach nicht darum geht, nur erst total in die Gravity-Richtung, auf einen aggressiven Charakter, so wie er auch oft verwendet wird, hinaus zu gehen, sondern einfach, dass es was Cooles ist, was Spaß macht und was irgendwie auch für eine breite Masse, so wie Fußball funktionieren kann. Und dann glaube ich, da können wir theoretisch alle zusammenarbeiten und uns was Cooles überlegen. Danke, Verena, kann man das zusammenfassen, den Stellenwert vom Sport in der Außenwahrnehmung auch zu heben, oder? Ja, und mir ist die Sichtbarkeit nicht nur den Stellenwert, sondern auch, dass es greifbar wird. Alles klar. David, du wolltest nur zu dem Thema was sagen? Ja, ganz kurz, wir sind von uns Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass unsere Projekte, unsere Touren und das ganze Radsportangebot von der Gemeinde sehr unterstützt wird, auch von umliegenden Gemeinden und ich glaube, das muss auch in anderen Regionen oder in anderen größeren Gemeinden auch der Fall sein, dass das Angebot für den Bewohner dort in der Gemeinde einfach durch den Ausbau der Radsportangebote oder Mountainbike auch gehoben wird. So wie es angesprochen ist mit Sportstätten Förderungen und Sportstätten Ausbau. So ähnlich muss es meiner Meinung nach für einen Bike Park sein, für Mountainbike Türen gehandhabt werden, um das Angebot für die Bevölkerung in der jeweiligen Gemeinde für diese Sport Ausübung und das ist ein großer Teil, der Rad fährt oder Mountainbike und wir sind Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass wir die volle Unterstützung unserer Gemeinde haben und auch uns an den Vereinen und den Radgruppen herangetreten ist und gesagt, bitte schaut ihr, dass wir ein entsprechendes Angebot an Mountainbike Türen, an einen Bike Park für Kinder zum Beispiel, den wir gemacht haben, dieses Angebot für die Bevölkerung bei uns in der Gemeinde anbieten zu können. Absolut richtig. Ich muss noch dazu sagen, die Gemeinde Furt, auf deren Gemeindegebiet der Göttweger Berg zum großen Teil liegt, unterstützt uns auch sehr großzügig. Also dieser Naherholungscharakter, der wurde schon erkannt. Das ist, glaube ich, nicht das große Problem, jedenfalls in unserem Kontext nicht. Also ich glaube, es gibt schon, also wenn man mit guten Beispielen vorangeht, wahrscheinlich kann man die Politik davon überzeugen, dass das eben ein sinnvolles Angebot ist, in das sich auch gelohnt zu investieren. Ich möchte noch mal ganz kurz zurück zu kommen auf die Lobbying-Arbeit, die angesprochen worden ist, weil wir im Vorfeld auch die Frage gehabt haben, sollte nicht der ÖHV, der österreichische Ratsportverband, die Interessen der Mountainbiker nach außen hin vertreten? Gibt es da Meinungen dazu oder gibt es Erfahrungen dazu? Ich könnte schon noch was dazu beitragen. Ich glaube nämlich, wir kommen von einer anderen Seite. Der ÖHV, der kommt vom Wettbewerb und sieht den Sport als die Basis als Wettbewerbs Organisator, Veranstalter, Betreiber. Wir versuchen mal die Basis zu schaffen, nämlich die Strecken zu schaffen, um hier Breitensport betreiben zu dürfen. Da haben wir auch schon öfter überlegt, wie wir dann mit ÖHV zusammenarbeiten könnten. Ich muss auch sagen, dass wir kurz auch seit einigen Jahren Rennen veranstalten. Wir sehen, dass das schon ein großes Zugpferd ist, um hier neue Mitglieder und Verständnis und so weiter zu gewinnen. Aber der Streckenbau und die Streckenentwicklung und das ganze bürokratische Rundherum, da findet man, glaube ich, beim ÖHV nicht viel Unterstützung. Okay, dann würde ich gerne, weil wir eh schon über die Zeit haben, noch eine kurze Abschlussrunde einleiten. Ich würde jetzt gerne von jedem wissen, was ist das beste Argument um vielleicht einen sturen Grundbesitzer doch zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist, dass man mit dem Mountainbike drüberfahren darf und was würde euch die Arbeit erleichtern? Ich fange da gleich mit dem Martin an. ich würde einen sturen und einen sturen Grundbesitzer gibt es nicht. Es gibt nur einen, der nicht aufgeschlossen genug ist oder andere Argumente hat. Ich würde meine Zeit nicht verschwenden. Das ist das Erste, ihm irgendwas einzureden, wovon er nicht überzeugt ist. Also wenn da nicht selbst die Überzeugung da ist und selbst der Mehrwert erkannt wird, dann wird man es nicht schaffen. Dazu auch ganz klar bilateral diese Trails bauen und Grundstückseigentümer den Mehrwert definieren. Und so haben wir es auch am Göttberger Berg gemacht. Das war hier zu entflechten. Wanderer auf Wanderwegen, Mountainbiker auf Mountainbike Trails und so wenig Berührungspunkte wie möglich. Und eine ganz liebe Geschichte noch dazu abschließend. Ich habe dann den Abt Kolumban einmal privat getroffen und er hat mir gesagt, sein größtes Ziel ist einfach junge Leute um das Kloster zu haben. Er hat sogar gesagt, sie müssen nicht unbedingt in die Kirchen kommen. Aber wenn es ihr schafft, mehr um das Kloster zu bekommen, haben wir wieder ein Ziel erreicht. Also wirklich Mehrwert definieren für den Grundstücksbesitzer. Was uns das Leben erleichtern würde jetzt in der Phase, die wir sind, jetzt gibt es zwei zwei Jahre, ist ein bisschen mehr Sensibilität bei manchen Fahrern. Wir haben mittlerweile ein bisschen ein Problem mit Strava, weil unsere Trails, die teilweise Wanderwege kreuzen, werden als Rennstrecken missverstanden. Und da wird auf dem einen oder anderen kurzen Wegstück, das wir gemeinsam teilen mit Wanderern, teilweise die Ellbogen ausfahren, nur um bessere Strava-Zeiten zu erreichen. Also ein bisschen mehr Miteinander statt Gegeneinander wäre gut, weil das doch einige Leute sind, ganz wenige, die so ein Projekt gefährden könnten. Alles andere bei unserem Projekt ist ein Geschenk, wo wir uns erst würdig erweisen müssen, dass wir überhaupt das Geschenk annehmen dürfen. Super, das waren schon sehr weise Worte. Verena, darf ich die zwei Fragen an dich weiterleiten? Bestes Argument und was würde die Arbeit erleichtern? Ein Stück weit gebe ich dir vollkommen recht, wenn der Grundbesitzer da keine Lust drauf hat, dann sind wir leider in der Situation, dass es sich nicht ändern lässt. Aber man kann mit gutem Beispiel vorangehen und sich einfach auch positiv dem ganzen Gegenüber präsentieren und kann das einfach dann auch ein Stück weiter akzeptieren. Ein gutes Argument ist, glaube ich, einfach auch zu zeigen, wo es gut funktioniert und wie ihr vorhin erzählt habt, Best Practice Beispiele auch an den Grundbesitzer dran zu tragen und er muss von sich aus verstehen, dass es sinnvoll ist und dass es was Cooles ist, was er damit unterstützen kann. Und wenn einem das gelingt, dann ist das auch was, was ein Miteinander auf dem Berg ermöglicht, was eigentlich unser größtes Ziel sein sollte. Uns würde, glaube ich, helfen, ich schließe mich da auch wieder an, dass die Leute sich ein bisschen oder dass sich viele Biker darüber Gedanken machen, wie viel Vorarbeit das Ganze braucht und wie viel Engagement eigentlich dahintersteckt, damit wirklich was entstehen kann. Und ein bisschen Verständnis für die langsamen Prozesse entsteht, weil wir von MTB Innsbruck machen das ehrenamtlich. Okay, super, danke. Dann David würde gerne die zwei Fragen noch an dich stellen. Ja, ich kann mich da meinen Vorsprechern anschließen. Auf jeden Fall werden wir weiter versuchen, bestmögliche Aufklärungsarbeit zu leisten mit den Grundstückbesitzern, dass man wirklich sagen kann, wir schaffen eine Art Kanalisierung, dass man wirklich die Wege so freigeben, wie sie sie wollen. Das ist sein Mehrwert, dass wirklich nicht kreuz und quer gefahren wird, sondern wirklich auf beschilderten Wegen, dort, wo man wirklich gefahrlos fahren kann. und erleichtern würde es sicher die Arbeit, muss ich mir auch wieder anschließen, dass man sagt, dass es weniger schwarze Schafe gibt. Also wenn sich alle, auch die Mountainbiker selbst an dem halten, dass man nicht dort fährt, wo man nicht darf und erst dann dort fährt, wenn es wirklich legal ist, dann ist es leichter, weil umso mehr das natürlich schlechte Stimmung schafft, indem man einfach auf unerlaubten Wegen fährt, umso eher sollten auch die Grundstückbesitzer dann auf stur, weil das das Image der Mountainbiker sicher nicht besser macht. Super, danke. Andreas, aus deiner Sicht ein bestes Argument und Arbeit erleichtern. Ja, ich habe da immer so ein bisschen einen flapsigen Spruch, der da lautet, man kriegt den Mountainbiker als Grundbesitzer nicht los, genauso wenig wie die Klimaerwärmung, damit muss man umgehen. Und die Lösung ist ganz sicher die Entflechtung und auf freigegebenen Wegen den Leuten genug Raum zu bieten zum Fahren. Was mir gefällt, ist überhaupt die Gruppe, die da zusammengestellt ist und vielleicht könnte man da ein bisschen mehr draus machen, weil wir doch alle von Seite kommen, dass man sagt, wir kümmern uns einmal um die Strecken, damit wir fahren können und wir wollen konfliktfreier unterwegs sein. Vielleicht sollten wir mehr machen. Vielleicht sollten wir auch die Schiene des Sports mehr reinnehmen. Wir haben unsere Enduro-Rennen, Vereinsrennen jetzt schon das dritte Jahr, voriges Jahr, heuer ist das nur wie ins Wasser gefallen, gemacht und das war schon ein cooler Erfolg und wir wollten eigentlich in eine Rennserie einsteigen und vielleicht schaffen wir doch sowas in Österreich, dass die Gruppen, die da Strecken und Gebiete erobern quasi mit attraktiven Trails so eine Rennserie initiieren, dann hätten man nämlich auch mehr Öffentlichkeit, dann würde das auch mehr in die Richtung gehen. Das würde mir gut gefallen. Ja, super. Philipp, du hast das leider am schwersten, aber ich relatiere zum Abschluss die zwei Fragen. Also bestes Argument und was würde dir die Arbeit erleichtern oder euch? Ja, also Argument, ich glaube, das schlechteste Argument, das weiß ich, das ist, wenn es darum geht, die Höhe der Pacht, also was man sagt, er verdient damit. Das ist das Einzige, was ich garantiert weiß. Ansonsten ist es auch schwierig, wenn ein Grundstücksbesitzer das nicht möchte, ja, ich habe dafür eigentlich auch nicht wirklich einen Tipp. Vielleicht, was wir halt auch schon oft mussten, wie jeder andere auch, jedes Grundstück hat seine Grenzen und auf dieses Grundstück folgt der nächste Grundstück. Das heißt, es muss nicht immer zwangsläufig genau diese Linie sein, vielleicht gibt es auch eine Ausweichroute. Ja, das andere, was helfen würde, darauf habe ich aber schon eine Antwort. ich muss sagen, es ist ein absolut, ein Vorzeigemodell, das Mountainbike, das 2.0-Projekt, Modell aus Tirol im Prinzip, wo es darum geht, Beschilderung, Normierung, Haftung, versicherungstechnische Geschichten, das heißt, wie muss ein Trail beschaffen sein, wie muss er abgesichert sein, wie muss er beschildert sein, wer haftet, zu diesen ganzen Fragen in einem offiziellen, in einer vielleicht auch österreichischen Norm wirklich abzubilden, so, wenn eben jemand hergeht und eine Initiative gründet oder was machen möchte, damit der nicht jedes Mal das Rad neu erfinden muss und sich ein Konzept erarbeiten muss oder vielleicht teuer einkaufen bei einer erfahrenen Firma, Consulting, die er schon gemacht hat und auch, aber eben die Behörden, weil es ist das nächste Thema, dass so viele Behörden, ich sage es mal, eine Bezirkshauptmannschaft XY, in der im Bezirk es noch keinen offiziellen Mountainbike-Trail gibt, wenn da nicht einmal klar ist, was für ein Sachbearbeiter oder was für eine Abteilung sich dann darum kümmert, welche Gutachten braucht es, brauche ich ein naturschutzrechtliches Gutachten, Wildbach und Lovienverbau und so weiter, das ist das ganze Thema, wenn das in eine Norm gegossen wäre, ich glaube, das wäre ein gigantischer Meilenstein, zumindest mal hätte es uns in Vorarlberg extrem viel erleichtert und vor allen Dingen auch graue Haare und Nerven, also Raum. Ja super, sage ich danke, also es war echt sehr interessant und informativ, ich möchte noch anmerken, für alle die zuschauen, also das sind alles Initiativen, die man unterstützen kann, sei es durch Mitgliedschaft, Mitarbeit bei den Trails oder anderweitig, also wir werden auch auf Lines und am Standard die Initiativen auch erwähnen, also dass ihr die auch findet, ich hoffe es heute euch ein bisschen motiviert, vielleicht selber euch zu organisieren und da streckentechnisch was weiterzubringen, ich glaube auch, wenn man sich da nicht organisiert, das Beste, was man machen kann, ist quasi das Image des Mountainbikers zu verbessern, indem, dass man sich gut verhält und nicht anderen Nutzergruppen gegenüber, was jetzt so rauskommt aus dem Tag und wir werden auch die Idee mit der Vernetzung, die recht interessant finde ich, sicher nochmal aufgreifen, ich möchte an dieser Stelle jetzt noch hinweisen, wir machen einen nächsten Drettlager-Live-Talk der Steffen und ich, nächste Woche, 27.5. und da wollen wir das Thema ein bisschen international auch beleuchten. Ich sage euch danke, dass ihr dabei wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ja, ich hoffe, ja, Philipp? So, noch was zum Schluss noch, bin ich ja, bin ich ja, mute, jawohl. Ich möchte mich aber auch noch kurz bedanken und zwar, ich muss mal was sagen, Lines Magazin, ich weiß nicht, wie viele Jahre gibt es euch schon, jetzt sind es doch einige schon, also relativ, 2014, 2015, sowas war es, glaube ich, also, ich muss euch gratulieren, was ihr gemacht habt in Österreich und die permanente Arbeit, also Hammer, ich glaube, für die ganze Szene nichts Besseres wie das Lines Magazin in Österreich, wir verkaufen das im Geschäft nämlich aus Überzeugung, gerne für euch und aber schon auch der Tretlager-Blog im Prinzip, wenn ich denke, als wir hatten, auch mit dem Brandertal einmal, waren wir vertreten und wie das uns geholfen hat, die ganzen Kommentare zu sehen, also ein Dank von meiner Seite jetzt irgendwie schon auch an euch, weil ihr schon auch die Arbeit, generell den Sport, ordentlich weiterbringt und das wollte ich noch anbringen, auch wenn mir nicht die Schlussworte obliegen, logischerweise, aber das wollte ich nicht verpassen. Ja, super, danke sehr, ich glaube, jetzt müssen wir das beenden vor der Steffen und die zu rot werden. Ich wollte noch einmal darauf hinweisen, also nächste Woche, 27.05. nächster Tretlager-Live-Talk, würde mich freuen, wenn wieder viele dabei sind. Ich sage danke, dass ihr dabei wart und ja, wir sehen uns nächste Woche. Servus. Servus. Ciao. 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 Ciao.